Wir haben heute die Tour gemacht mit Gina Tequila, die Kiez-Jungs. Gina Tequila war auf jeden Fall der absolute Wahnsinn. Hat ihm wirklich Spaß gemacht. Cooler Humor. Auf jeden Fall die Underground Tour. Also mal ein bisschen so hinter die Kulissen zu gucken. Genau, genau. In Orte zu kommen, wo wir glaube ich sonst einfach niemand reinkommen werden. Gina Tequila, der Alkohol, die Repa-Bahn. Und die Aufklärung von der Repa-Bahn. Das war alles geil. Ich bin auf jeden Fall überrascht, dass es wirklich sehr ähnlich verrückt ist. In Hamburg auch so. Ich würde die Tour meinen ganzen Freunden empfehlen. Ich würde die Tour aber auch meiner Familie empfehlen. Die können alle machen. Wir würden empfehlen, all unseren Freunden die Tour zu besuchen. Ja. Das sei die Besten. Vielen Dank.